na und seid damit wieder ganz ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen folge von anno 1602 erschaffung der neuen welt wir haben ja eine letzte folge unsere industrie aufgebaut bauen jetzt wie sagt steine ab haben wir schon ein bisschen handel getrieben mit die gegner und wäre denn jetzt sehen dass wir die sagt auf diesen grünen speichern dass wir immer schön die welt beiseite haben weil die piraten werden bald kommen kann manchmal eine kleine werft aufbauen ok jetzt eure stadt wächst und gedeiht da kommt der händler setzt neuen kopf hier ist jetzt diese folge ein bisschen wie sagt geld zu schütteln wir werden ein konkurrent baut seine städte aus ist leider nicht drin gebrochen werkzeug ok wir wollen heute jetzt erstmal sehen dass wir die ressourcen dieser insel sind gucken wir mal wo wir anbauen können weil die jetzt schnappt ja ok ja na wo wir tabakel noch herkriegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok So, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen das Stützen hier. So, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen das Stützen hier. So, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen das Stützen hier. So, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen das Stützen hier. So, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen das Stützen hier. Okay, so, wir machen jetzt mal ein bisschen das Stützen hier. So, okay. So, naja, wir müssen ja bald zur Feuerwehr. So, naja, wir müssen jetzt wieder eine Übung haben. So, jetzt eine Übung. So, dann gucken wir mal, wie sieht es aus. So, lass mal sich entwickeln hier. Okay. 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 So, jetzt geht's. So, jetzt geht es dort. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Okay, jetzt reicht es mal die Straßenverletzung. So, das haben sich alle entwickelt, jetzt brauchen wir erstmal die Schule, wo haben wir die Schule hier. Schule hat das drin, sehr schön. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir ein bisschen Wurtsauce machen. So, jetzt geht es runter. So, jetzt stoppen wir den Einkauf erstmal. Da, da sind sie wieder. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. selbst die vorsäge okay so gut jetzt bringen wir hier wieder so ok Ein Schiff wird zum Verkauf angeboten. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. So, jetzt. So. So. Okay. Das reicht erst einmal. Hier haben wir denn praktisch unsere Alkoholinsel. Und hier wird der Alkoholhändler. Also wenn wir da rückwalt anbauen, also wie zum Beispiel jetzt hier ähm. Ah, sagen wir mal jetzt hier wie jetzt hier den Alkohol. Denn es ist der Handelsschiff, was ich mal nehme, ist immer der Alkoholhändler. Genau wie es Alkohol mit Gewürzen, mit Tabak, Kakao. Das ist nämlich für mich am einfachsten. Ähm. Wenn später mal was zuneige geht, dann weiß ich welchen Schiff ich mal annehmen muss und welche Insel. macht es mir viel später dann einfacher, wenn man jetzt zum Beispiel viele Aristokraten hat. Oder wenn man jetzt zum Beispiel eine Stadt aufbauen muss mit. Ja. Na mit. Sag jetzt mal mit 8000 Aristokraten oder bis der Geierwart oder Kuckuck. Das macht es für mich am einfachsten denn. Das ist am einfachsten der praktischen von mir. Okay. So. Wollen wir nochmal ein Handelsschiff jetzt auf? Dann haben wir jetzt eingebunden. Ah. 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 Setz die Vorsäge. Und du kommst zurück jetzt? dann kann man nämlich noch ein bisschen weiter handel führen kakao ach jungen sind jürgen Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge, setzt neuen Kurs in die Wanden. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, was braucht er jetzt hier, den kann man nicht selten, den kann man nicht selten. Der braucht der blaue und was, der braucht gar nix. Hier oben, der braucht auch gar nix. Der braucht auch gar nix. Der braucht auch gar nix. Gar nix, ey. Nix, die Ente nada. Bis denn bitte hier. Scheiße, ich hätte nicht jetzt gewinnen. Oh, shit. Okay, dann müssen wir halt abwarten. Doch. Dat ist doch nicht so schnell. Ach so schnell. Jetzt geht's schon kurz. Die Kirche wird gerettet. Ja, die Kirche wird gerettet. Jetzt gehört jetzt Huy. Ja, Mensch. Also, wenn du schon mal nix. Das ist ja nicht so schnell. declassiert, dann wird das Klage aufstoßen. Soll ich ihn noch nicht richtig so. Also, wow. jetzt haben wir nur noch tabak selbst neuen kurs die ressourcen dieser insel sind erkundet ein ernst vorkommen wurde entdeckt da kann man also hier wird es anbauen ich werde verrückt guck mal hier ich brauche sein konto hin ich brauche und ihr habt ein eingeborenen dorf entdeckt die ressourcen dieser insel sind erkundet und zuckerrohr ankerlichten sie wollen für alkohol und stoffen ihr seid auf eine fremde kultur gestoßen die ressourcen dieser insel sind erkundet so mein lieben da ist auch schon wieder die folge wiederum die amerikanischen alkohol anzubauen dann müssen wir jetzt irgendwie sehen dass sie jetzt handel führen aber ständig infektieren würde ich auch nicht mal anders judy dann bedanke ich mich für das zusehen und wir sehen uns bei der nächsten folge von also gesichert hat man schon abend und ich sage tschüss wenn ihr hauen